Ein 48-Jähriger hat dort nach Angaben von Zeugen und nach seinen eigenen Angaben die Begegnung mit drei Männern gemacht. Diese Männer haben ihn auf dem Hof eines Hauses angegriffen. Zwei sollen ihn geschlagen und getreten haben, während einer diese ganze Szenerie abgesichert hat. Und der 48-Jährige hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Und nach den ersten Ermittlungen, die gestern angelaufen sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass seine Tätigkeit als Journalist der Hintergrund für diese Körperverletzung ist. Die Ermittlungen wurden von einem Kommissariat des polizeilichen Staatsschutzes übernommen, weil der Geschlagene auch gesagt hat, dass seine politische Tätigkeit bzw. seine journalistische, schrägstrich politische Tätigkeit möglicherweise der Hintergrund für diesen Angriff sein soll. In diese Richtung wird ermittelt, aber auch in alle anderen.